Wie kommt ihr mit dem Plan voran, Edsley? Es gibt verschiedene Optionen. Utsu? Kukulkans Armee folgt dem Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide. Wenn wir direkt von vorne kommen, können wir sie am besten abfangen. Aber das Risiko ist groß, dass sie uns überrennen. Wenn wir hier lang gehen, wäre das sicherer. Aber unser Timing müsste perfekt sein. Sonst gehen sie uns durch die Lappen. Geht nicht vielleicht beides? Wenn wir von vorn angreifen, gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position. Dann kriegen wir sie dran. Keine Option ist risikofrei, aber ich finde, das ist die beste. Gut, dann auf deinen Befehl. Stell die Truppen auf. Wir gehen. Der kleine König, ne? Ich mag den. Ich finde den gut. Obwohl, wenn du so mit einem Schlag erwachsen wirst, ist das auch... Hier trennen wir uns. Du musst dort entlang. Ich möchte dir das hier geben. Es bringt Glück. Edsley, das kann ich nicht annehmen. Nach diesem Tag ist die Sonntwinstanz nicht mehr unser Zeichen. Denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schatten. Das ist so süß. Siehst du, ich muss wieder schwimmen. Nein, ohne Zukunft. Das Kind ist ja. Und zwar in der Tatooine. Du bist dejw burnt nicht mehr. Und zwar das Kind ist's. Ja, das ist egal. Es kann nicht ein paar Teile. Nöw, das ist folgt nerven. Ähm, das hier ist ein Vulkan. Fuck, das hier ist ein Vulkan. Alter, da in Ernst? Okay, ruhig. Fliegen wir mit dem Hubschrauber rein. Das Feuer sei ihr Schicksal. Okay, aber bei nicht. Commander, hier ist Cardinal Two. Brücke ist ausgeschaltet. Gut, die Blieder mit den Fahrzeugen koordinieren. Cardinal Two, Sie sind Ihrer Augen. Verstanden? Nicht vergessen, Ihre Strukturbrücke ist ein potenzieller feindlicher Ventor. Alter. Oh ja, die fehlten. Hier ist Cardinal Eight. Feind in Sicht. Ändere Kurs auf 1,05. Die fehlten ja auch noch, die. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern! Sie greifen von allen Seiten an! Jede Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor! Die äußeren Zitadellen fallen! Scheiße. Was mache ich jetzt? Fortschritt in allen Sektoren. Aber wir haben große Verluste. Alle Einheiten, weg von den Wänden. Bleib bei den Kameraden! Überlappen der Schussfelder! Hier ist was los. Alter, warum? Da komm ich hin! Fuh, 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 fuh. Wann das Popo-Feuer qualmt, suche deinen Spiegel. War das Honoratus Schicksal? Oh, die Königin darf an den... Oh, die Königin darf an den... Oh, die Königin darf an den... ...und dann geht das. Nie. Ihr seid das purpur Feuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten... ...im Kampf gegen Kukulkan. Nächste, Chef. Nächste, Chef. Okay, los geht's. Wir haben eine Armee. Tschuldigung. Wir haben eine Armee. 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 machen. Danke, Kukulkan, für dieses Geschenk der Erneuerung. Wir sind dafür bereit. Lass uns deine Macht empfangen. Wir sind dafür bereit. Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch! Nein. Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein. Niemals. Ich muss Paititi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du. Sondern wir alle. Als Einheit. Oh oh. Das war klar. Wir sind richtig. Mann. Herr. Mann. zessschirm. Sie haben zu sein. Nein. Mann. 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 gerettet und wer alles gibt wird auch belohnt Fatschkopf Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt hole ich dich, Freundchen. Nein, bitte, nein. Oh, ich gehöre doch zu den großen Bösen und wir müssen doch gewinnen. Aber warum hilfst du, warum hältst du mich denn aus? Die große Fresse, solange sie... Oh, solange sie eine dicke Kanone haben, ne? Oh, ich gehöre doch zu den großen Bösen. Jonah, Rogue ist tot. Mhm. Ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die anderen so lange wie möglich auf. Ui, kurz durchatmen, einen Fähigkeitenpunkt, kann ich nichts mitmachen. Oh, der hohe Rad wird überrannt. Oh, das tut mir so leid. Hat sich gleich ausgetriditit. Okay, alles klar. Schön aus den Muskeln arbeiten. Aus den Muskeln arbeiten. Ich habe doch Quadrat gedrückt und jeder hat es gesehen. Mann, ich hatte gerade so einen schönen Lauf. Oh, der hohe Rad wurde getötet. Commander Ruhm, wir brauchen Befehle. Doch, jetzt noch so. Was? Und wer hat dann das Sagen? Was? Der hohe Rad wurde getötet? Rückzug! Alle Einheiten! Rückzug! Was ist mit der Stellung? Es gibt keine Stellung! Alle sind tot! Mehr noch keinen sollte verschwinden! Oh, das wird aber... Oh, das wird aber... Oh! Das wird aber... Oh! Ich habe doch extra... Ich wollte es dramatisch machen. Hm... Nein! Aha! Aha! Alter Vater! Nein! 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 Nichts! Nein! 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 So, hoppala, hier hoppala, 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 hoppala. Wieso hakt er sich nicht da oben ein? Das ist aber kacka. Oh, 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 oh. Ich muss da oben an die Wand. Die hakt sich da nicht ein. Und ich weiß nicht warum. Ich muss da oben an die Wand. Ich muss da oben an die Wand. Ich muss da oben an die Wand. Alter. Und ich weiß nicht wie es passiert. Oh, oh. Die Macht vom Kukulkan Ungeil Oh nein, jetzt wird er zu so einem Superheld Oh nee Vernichte alle, die deine Macht und Stellung verstören wollen Kukulkan, schütze uns, leite uns, hilf uns Formen und Schatz, Stärke und Erhebe Oh 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 Der Herrschild! Ein richter Halle mit einem Backele Stählung verstören wird! Diese Gravuren sind diese Symbole Teil eines Rituals. Schütze uns! Bleib uns! Hilf uns Formen und Schatten! Stärke unsere Gärten! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Die Tränen werden sie in ihrer Kanzlung beobachten. und ich muss die Kanzlung beobachten. Ich bin die Kanzlung gebrochen, der hatte mich noch nie alles gesprochen. Die Kanzlung beobachten. Moin wir mit den Kanzlung kämpf. Wenn sie Lady aus dem Steuern sind, Das ist nicht mit dem Szenen. Das sind sie nicht mit Beobachten. Wir müssen jetzt mit den Kanzlung gebildet. Ich bin hier. Er ist morgens Mumm. Ich bin hier. Wir müssen hier sein. Okay, ich muss erst alle Wachen ausschalten. Also alles nochmal von vorne. Für uns, hilf uns, Holmen und Schatten, stell für die Unrecht hin. Das Geschaffen vergehen! Das Licht auf eine von uns geschaffene Welt läuft! Das Licht auf eine von uns geschaffene Wachen und Schatten, stell für die Unrecht hin. Idiot. Ist da noch irgendwo ein Wächter? Nein, kein Wächter mehr. Nein, kein Wächter mehr, kein Wächter mehr.